Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Sixie! Das war ein Intro, was sich zeigen lässt in der ESL, meine Damen und Herren. Mein lieber polnischer Freund aus der Türkei ist wieder eingeflogen, kommt aus dem Gefängnis frei, weil Erdogan dachte, ja, er Major braucht ihn. Und wie findest du, dass Erdogan wieder die Todesstrafe einführen will? Er sagt, nein, es ist kein Geil! Okay, Erdogan hat mir geschrieben, ich muss dich umbringen. Du kannst dich ja eh aufheilen. Okay, wenn einer down war von meinem Dings hier, dann ist er beim nächsten Mal tot, oder? Will you kill me, Nigga? Was sind das für Idioten? Er ist halt die Idioten oder so. Würde ich sein lassen. Ja, du kannst mir ja nächste Runde nochmal umbringen. Würde ich gut finden. Mein kleiner, mein kleiner, mein kleiner Zwölfjähriger, der kein Hobby hat. Und einfach mal Leute in Rainbow töten muss. Oh mein Gott, Alter, wie schlecht. Oh mein Gott, wie schlecht. Oh mein Gott, das AIM. Oh mein Gott, das AIM. Ich nehme gleich, äh, Capitao, ne? Okay. Oh mein Gott, wie schlecht. Ich hasse irgendwie South Park. Naja, du auch. Alles klar, was mit deiner Oma? Ich verstehe auch keine Ahnung. Er hat doch Leute angefangen zu töten. Komm, ich hab das Satsanka. Aha, LMG. Keiner tötet ihn. Weil sie sind alle rausgegangen. Und jetzt haben wir aber Leute. Jetzt haben wir bessere Leute. Fertig. Ist doch schön. Habe ich jetzt eigentlich ein Hulu-Visier? Ich weiß es nicht. Freundin, was sagst du? Oh mein Gott, da müssen wir wohl anscheinend... Da müssen wir anscheinend wohl mal Bärter zurückholen, oder? Was sagst du, Freundin? Alles klar, genau. Hallo! Ihr seid alle in einer Folge. Ichzilla. Viele kriegen einenorn mit DS... Und YouTube. Und YouTube. Und YouTube. Richtig. RAMON ok die leute die hohe abo zahlen haben ok jäger hat diese scheiß tarnung und ich habe keinen ja ich weiß dass sie unten sind das brauchst du mir nicht sagen schön lief mir ja dankeschön danke dass mich tötest der eine hat Ella gezeichnet Fuse und Bates Ella kick ma please kick him he is a team killer you killed me man you have killed me please kick it's a prank why I kick you you kick me why you kick me why I kill you next round I I kill you next round I kill you next round your motherfucker please talk with me you you kill me you have killed me yes yes you killed me why tell me why tell me why I never wanna you say das war ein witz man oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott yang big sorry i killed you i killed you now it's a prank bro it's a prank bandit bandit please please come with me come with me doch ventose die hören mich die reden ja ich rede ja die ganze zeit mit ich brauche kein drücken ja weil du mich gemütet hat werden please come with me please come with me ab please please come i love you i love you ja elite twitch ist ja scheiße hab ich da eigentlich hab die doch selber guck mal man kann hier eigentlich eben halt kann hier im halt eigentlich drauf wenn man schnell genug ist kann man immer auf die lampe aber es geht nicht mehr i love you okay eines ganz oben ich will ganz runter ich gehe mal auf und die damen und herren meine damen und herren wenn mir aus ist 0 lol hilf mir man wird gerade für hören ich idiot rush rush man well shoot right left 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 springen nicht runter springen nicht runter lassen lassen und noch nicht runterspringen ich sag dir wenn du runterspringen soll es okay 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 wenn du okay sagt schieß einmal irgendwo gegen okay warte spring jetzt schieß was warum hast du man dann hier nicht no shoot montage hier hier behind you down you left left yes he is on tour here here now concentrate on here here no rush no rush man no no go to right go to right yes please aim please aim and go to right go to right and aim he is under you no rush man she have no time you must time 40 seconds and one minute and you have win left 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 yes nice good man good man ich mein englisch ich muss erstmal selber überlegen was heißt denn jetzt 30 sekunden das heißt denn jetzt noch mal 30 sekunden schnell so ne also muss ich erstmal nochmal kurz überlegen und dann habe ich es gefällt wird die sechne ich kann auch die zeichen schreien ich kann auch die zeichen schreien du bist so blöd soll ich die immer mitnehmen nee ich nehme lieber die bahn damit immer du fetcher mit und ich werde dir wirklich anraten immer ähm okay my friends say my friends say my friends say yes such a and i have no problem you can speak german or english or espanol or french or russia or niederland or or turkey i i can i can only speak turkey and english and german and espanol and french and russia and 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 nein ich kann kein ich kann nur englisch und deutsch ein bisschen russisch ein bisschen türkisch amerika 8 komment wo sind die unten ne ja ich weiß bonkle hier kommen wir dann wo man will klar mit es genau wird auch so geschrieben auch guck mal wie süß bitteschön warte shut up lass ihn runter kommen da ist noch einer nein komm mal mit komm wir gehen durch den tunnel das macht eher Sinn oder warum guck mal mit Cam komm mal eher vor mit der Cam und ich weiß, dass es frug ist läuft ja, aber doch keine Sprengladung äh, jackie, you have you have exploded or not äh, jackie, please go right go right go right and destroy the dropper go, go front go, go, go go, go left go right and, oh no go with Thatcher go with Thatcher, man äh, jackie, run to this door and run okay war schon mal verkackt behind you run 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 right side right ah, schade das war äh nein, da kommt er nicht jetzt kann ich nicht mal wieder deutsch reden der ist links wenn du jetzt wirklich jetzt einfach nach links rennen würdest ist dort ein Loch und dort schießt er durch und Rook ist einfach hinten im Gang ja ganz links da noch dein eben okay okay Covina Roller I add you please accept it ja was ist das denn für eine Uniform kenne ich ja gar nicht ich kenne die ehrlich nicht please accept it man naja damit würde ich sagen das war eine neue das war eine neue Folge Rainbow Six Siege please can can you accept it my friend request you can play with us yes I have ciao ciao ciao